Eine Frage nochmal, also wenn wir jetzt Schuhe.de hätten, wie würde da die beste Variation aussehen? Wäre Schuhe dann die Brand quasi für die? Ja. Also könnte man da massig Schuhe spammen und fertig? Oder Gameplay hat sie gerettet. Wir kommen jetzt in ein weiter Keyword, du meinst. Ja, es funktioniert immer noch sehr gut. Was du halt aber generieren musst, ist halt, dass du diese Navigation mit Stouches dann halt generierst. Was du dann halt, du meinst, das Baby will Schuhe, die dann gut generierst. Dass du dann halt, wenn du...